Da kommt ja schon der rein stolziert Levison, den wir gar nicht so richtig einordnen möchten und können und wollen. Denn schaut man sich vor allen Dingen seine großartige Vererbungsleistung an, dann hat er eben nicht nur qualitätvolle Springpferde hervorgebracht, sondern vor allen Dingen auch erstklassige Reit- aber auch bewegungsbetörende Nachkommen. Levison, den wir Ihnen heute und hier nun zwölfjährig nur blank an der Hand präsentieren möchten. Sie wissen, er hat sich vor zwei Jahren ein bisschen unglücklich verletzt, damals in der Führanlage. Da mussten wir lange auskurieren, aber diese unnachahmliche Aura, diese Schönheit, diese großartige Leichtfüßigkeit und Rettigkeit, die er verkörpert, die wollen wir uns natürlich auch weiter erhalten. Er wird jetzt wieder antrainiert und ich bin sicher, schon mal im Tag der offenen Tür werden wir ihn wieder auch unter dem Sattel präsentieren können. Als ob wir eine tolle Nachzucht geliefert. Wir sehen dort auch noch jetzt auf den Bildschirmen die letzten Eindrücke unter dem Sattel. Etliche Hunter, tolle Pferde, immer modern im Typ. In diesem klassischen Levisto-Look, top modern, immer mit super Silhouette und Oberlinie dekoriert. Das ist und bleibt einer der ganz besonders charismatischen Hengste in unserem Bestand in Lemberda, in echtem Beschäler-Format. Levison von Levisto, Lennon, Roman. Dann nur ein kleiner Eindruck, eine kurze Stippvisite hier fürs Zuchtjahr 2017. Dankeschön. Und das ist der Musterkönig aus Lemberda, Herrschaften. Unser Alexander kriegt auch mal einen Sonderapplaus. Jahr für Jahr setzt er sie hier blendend an der Hand auch in Szene. Alexander, das ist dein Applaus. Danke dir. Bis zum nächsten Mal.